Peter Brügel der Ältere, Landschaft mit dem Sturz des Icarus Dieses Gemälde zeigt eine Meereslandschaft. Der Betrachtende befindet sich an einem erhöhten Standpunkt. Um diese Aussicht zu erhalten, muss man den langen steilen Weg hinaufwagen. Das vordere Drittel des Bildes zeigt teilweise diesen Weg. Auf ihm sind drei Personen zu erkennen. Ein Bauer gräbt mit seinem Pferd das kleine Feld um, während ein Hirte weiter unten sich umgeben von seiner Schafsherde auf seinen Stab stützt. Noch weiter unten sitzt jemand auf den Steinklippen nahe am Wasser. Die restliche Bildfläche wird vom Meer dominiert. Auf ihm befinden sich Schiffe unterschiedlicher Größe. Mächtige Felsen ragen an manchen Stellen empor und in der Ferne ist eine Hafenstadt zu erkennen. Schaut man sich den erschöpften Hirten an, fällt auf, dass er Richtung Himmel schaut. Folgt man seinem Blick, erkennt man zunächst nur ein paar dunkle Wolken, doch scheinbar versucht er zu verstehen, was gerade passiert ist. Es scheint, als sei jemand vom Himmel gefallen. Und tatsächlich. Weiter unten im Wasser ragen zwei nackte Beine aus dem Meer, der Oberkörper ist bereits vom nassen Blau bedeckt. Darüber sind einige Federn zu erkennen. Der Mythologie nach ist Icarus bei seinem Flug zu nahe an die Sonne geraten und als Folge dessen ins Meer gestürzt. Das gesamte Werk wurde fast ausschließlich in Grün-, Blau- und Brauntönen gemalt. Ausnahme sind kleine vereinzelte blassrote Häuser in der Stadt sowie das leuchtend rote Hemd des Bauern im Vordergrund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017